Willkommen zurück zu Luigi's Mansion. Oha! Was ist denn das? Marius Witsi und sie ist frisch gewaschen. Gehen wir doch mal zur Wahrsagerin. Aber erst nachschauen, was dahinter ist hier. Nix. Dann halt hier doch. Jo. Ist hier nix. Flutch. Hm, eine alte Nähmaschine. Dann halt die Mäuse aufsammeln. Kammerjäger spielen. Die Kohle. Für den Grill. Aha. Was bringt das? Kann ich hier was anzündeln? Da hab ich zwar nicht. Ich sehe nix. Und ich weiss es nicht mehr. So, wo kommen die Mäuse her? Wo kommen die Mäuse her? Da kommen keine mehr. Dann halt so, wir müssen das Mauseloch anvisieren. So. Geheimer Raum. Wow. So. Ein Eisgegner. Kommst du her? Ja. So, 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 so. ja leid für die mann ja ja ist gut keine energie mehr wegen dem so hat funktioniert ich mach jetzt nicht alles auf ja ja bäst mich doch Mario das hat sich ja voll gelohnt hier ist ja gut mach keinen Schmodder mit mir ja ok gute Nacht ja hat sich ja nicht gerade gelohnt hier so gespeichert die Villa natürlich ja 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 durch waschküche nochmal gehe ich nicht in den Raum nein nein noch mehr Kohle sauer wo geht es jetzt hin tja wir haben Feuer und wir wissen was man mit Feuer macht Kerzen anzünden und war da nicht irgendwo etwas solches ja ja so verzieht euch mal ihr nervt so so welch Volt hat Feuer ja da dreht einer durch er geht jetzt erstmal in seine Stube und wir gehen voraus dann können wir auf ihn warten ja der nerde Bossgeist also ja ob er sein Boss ist weiss ich nicht mehr genau aber so wann kommt er denn ja ja so alter Tatter he 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 er freut sich zumindest ja 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 jetzt lässt er noch so einen blösen Pilz fallen komm 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 yes hat es genützt hat es genützt hat es genützt Energie Kohli gut dann bohu haben wir auch noch irgendwo nur wo nur wo ja ah aha wo ist der echte da hier in der wo nur wo da ja buh guck buh guck sagt mir jetzt gerade nichts aber gut bleibst du mal hier schön 8 von 50 ja das let's play hat noch Zeit ja Speichern halt so und was ist hier drin eh ein ein schlüssel für die tier gut geht total ne nichts zu waschen nein waschtag war gestern ja zztzt zztzt zztztzt zztztzt auch gelernt ja ja was man nicht alles macht im leben um sich freude machen gut ich kann auch E-Orgel, Keyboard und 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 alles was mit Tasten zu tun hat ausser Handorgeln nicht und so was so was nicht aber sonst viel hier haben wir alles zum laufen bringen yes ach ja wenn ihr alle spielt ja wollte kurz zeigen die Melodie kennt die heiße Melodie ja man nennt mich die geistreiche Schönheit der Elfenbeintasten welch ein, oh gut heute sind's auch Plastik aber gut welch eine rührende Darbietung seit Jahrhunderten hat mich kein Stück mehr derart verzaubert scheiss mir sehr musikalisch zu sein magst du dir meine Klaviersonate anhören klar doch gut ich fange an und ich halte die Klappe ja kennt man doch heute das beste NES Spiel an der Zeit übrigens dieses Stück stammt aus einem berühmten Spiel kennst du diesen Klassiker? äh ich glaube es war Mario World nein es war Mario Bros natürlich war es Super Mario Bros 3 ganz genau du hast recht sehr beeindruckend wie ich sehe bist du musikalisch ernähren so bewandert wie ich es bin weißt du dich nicht vielleicht ein wenig mit meinem lieblichen Notenblättern auseinandersetzen? ok ah jetzt kommt die wieder mit sowas ich saugs mal auf das gefällt ihr nicht ja gut sie greift uns jetzt quasi an aber sie hat sie nicht böse gemeint ne ich nehm das nicht böse nein tut mir leid Schätzelein dass ich dich jetzt aufsaugen muss ja saugen und blasen jedenfalls ja ich sage jetzt nichts dazu von saugen und blasen nein 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 soo dich schaffe ich dich schaffe ich dich schaffe ich ok soo tut mir leid gut wo ist der nächste Buhu Buhu wo ist der Buhu aha ja hier oder 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 nicht aber hier aber hier Buhu 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 ok he he beinahe du gut 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 gemacht Luigi lalalala gib 8 nein ich gib 10 bleh Schlüssel oder Schlüssel ein Schlüssel schön der geht da wunderbar das ist hier so äh nichts besonderes also gehts weiter äh hallo ja 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 soo es wird immer heller hier es wird immer heller es wird immer heller den ganzen Müll mal aufsaugen flotsch was haben wir hier schönes ah der Fettsack der Fettsack etwas von Casper nicht und was hast du uns zu sagen na nom 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 niemand sieht mich in dieser Finsternis nein niemand niemals nicht ja denkste ok ich denke mal ich hier zwei Kerzen und hier zwei Kerzen und schon ist es zischbar ja die armen Geisterdiener müssen ihm Essen holen ich erlöse euch dann wisst ihr wo ihr seid ja ja ach ja man muss ihm soo und euch erlöse ich mal ja ja soo ah man ist der andere wo ja soo jetzt füllen sie nicht nach ich kann hier na komm friss friss ja soo wenn er fertig gefressen hat hat er nichts mehr und das gefällt ihm dann überhaupt nicht aber zumindest ich kann mich auch täuschen nein kein Giftpilz na stecken ok Mann ja toll jetzt aber bald ist nichts mehr da soo Candlelight Dinner Candlelight Dinner Tja 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 Chilli gefuttert oder was hä 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 ist er müde nein aber bald ist er müde komm schon Autsch nehm ich die Rübel du ja ist gut ist gut ist gut bald fertig nein soo jetzt aber mach mal Pause soo mehr als die Hälfte gut das ist schonmal gut gut und er hat wieder Energie fett so z z z z z soo und den Rest gebe ich dir jetzt das ist für meine verkohlte Mütze und gut sabbe alles einsammeln hier alles einsammeln warum ein Geist essen muss das ist die Frage der Lage oha schön weiter geht's hä hier war noch ein Buhu nicht vergessen jetzt ist der okay braucht er ja auch nicht mehr kommen schon jhhhh jhhhh j 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 Aber hier! Dupper pupper! Okay! Komm her! Komm her! Komm her! Sauber! Zehn! Schon zehn! So! So! Weiter geht's! Treffen! Okay! Was soll das jetzt? Oh! Ich führ dich mal ein! Hallo! Ja! So! 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 Mann! Bleib doch mal! Das war's! Gut! Diese Energie! Auch mal nicht schlecht! Aber wir haben die Elementar Münzi! Gut! Hallo Luigi! Über was bist du denn nun wieder gestolpert? Oh! Das ist eine Wasserelement Münzi! Nun kannst du Wasser einsetzen! Meine Forschungen haben ergeben, dass diese sogenannten Wassergeiste das Feuchte in den Nass verlassen, wenn du dich ihnen näherst! Du kannst! Du kennst den Rest! Staubsauger an und drauf halten! Drücke L-Tasse nachdem du sie eingesaugt hast! Wenn du die L-Tasse vollständig drückst, kannst du eine große Wasserblase abschießen! Mir kommen zu Ohren! Manche Geister lassen sich doch tatsächlich ausschließlich mit Wasser bekämpfen! Darüber hinaus lässt sich so manches mit Wasser säubern! Vergiss das nicht! Ja! Mario Sunshine! Aber lass dich nicht von deinem Wasser werfen nicht zu! Sarah Blanken Luigi! Der Prototyp! Von Dreck weg! So! Und wo ist jetzt hier der Buh? Hier nicht! Nein! Hier nicht! Ich würde auch mal sammeln! Ja! Hier wird er sein! Bulligan! Oho! Ein Bulligan! Der geht wohl zu den bösen Onkels! Oder was weiß ich! Ist mir auch egal! Nein, egal nicht! Aber ihr wisst wie ich das meine! Gibst du! Du bist von meinem genialen Erfindung begeistert! Ja! Komm! Deine schlechten Witze kannst du dir in deine Brille stecken! So! Was ist hier? Nix! Hab wenig Energie! Hab wenig Energie! Hab wenig Energie! Und das ist nicht gut! Flotsch! Bembem! Löschen wir mal! So! Äh! Rein da! Ach Luigi! Was ist denn los? Also ich hab recht rein! So! Und raus! Der Fifi! Ist auch hier! Und wer heißt der Hundi? Gar nicht! Aha! He! 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 Weiß der mir in den Hintern! Und ich geh nach K.O. dran! Was soll das? He! 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 Mein eigener Hund würde das nie tun! Der ist brav! Der weiss, dass er gehen möge! Geh! Geh! Ja! Dass er! Dass wir ihn mögen! Auch ohne Soße! Nein Quatsch! Okay! Ich muss raus! Ich muss raus! Ich muss raus! Ich muss raus! Luigi! Hast du keine Hasenohren? Ja! Ist gut! Mann! Watt! Was ist denn das? Hä? Ich muss Energie haben! Aber wie komme ich zu Energie? Das ist doch komisch! Ja! Vielleicht finde ich ja irgendwo... Ah! Hä? Mann! Kannst du mir irgendwie Energie geben? Ja danke! Ich habe ja liebe Energie! Ich will Energie! Muss ich mir die Energie zusammenwürfeln hier? Oh Mensch! Ah! Wo gibt's denn Energie? Eigentlich überall, ne? Hier vielleicht! Oder hier! Mann! Ah! Endlich! Wenn's nur ein bisschen ist! Das ist schon viel! Gut! Gut! Ach Luigi! Keine Energie! Keine Energie! Energie! Jo! Komm her! Schön! Und hier! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Oh, wir gehen ner! 155 Hei! Schau! Das ist doch nicht, schau'! So, okay, geht's wohl weiter, Abkürzung, gut, und weiter geht's, ihr wisst ja nix, ne, doch, Energie, kommst du her, schön, und hier, yes, so fühlt sich die Leiste wieder, flitsch, 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 so, und Kohle, ohne Grill, wir werden noch sehen, was da draussen ist, äh, nein, von hier nischt, ach, wo geht's lang, ich hab tausend Faden verloren, ach, ich bin zu weit, ich bin zu weit, geh, na, man, so, so, sieh was, jo, Energy, ja, genau, nein, man, ich hab tausend Faden verloren, wo ich hin muss, wo ich hin muss, ja, Energie, no, aber hier lang, ja, stimmt wieder, Kohle, Hallo, sag auf, Energie wäre vielleicht auch nicht mal so schlecht, danke für nix, ja, wer hat denn überall Geld versteckt, das nehme ich euch übel, hier brennt es wieder, keine Energie, so, geh doch rein, Luigi, der Rauch muss sich gelegt haben, und wer bist du, Hundi, wuff, 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 meine Rede, hier kann man gießen, jo, oder nicht, aha, jetzt, eh, bleibst du mir, na gut, ich kann nicht abhauen, verflucht, bring doch endlich den Köter zum Schweigen, noch ein Trottel oder was, noch ein Trottel oder was, man, tja, nein, 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 oh, fast, Mann, jetzt, Mann, Hundi, bleibst du mal weg, hab ich das Timing nicht mehr, jetzt aber, so, jetzt, komm schon, Knochen, und jetzt, tut mir leid, das gehört nun mal zur Aufgabe, Mann, der zehrt an der Leine, meine Fresse, fast, komm her, Knochen, und dann, ach komm, doch nicht schlimm, so, sauber, dann würde ich mal sagen, gehen wir da rein, aber erst im nächsten Part, wenn es gefallen hat, daumen hoch, abonnieren, bis dann, tschüss, 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 und dann, die, die, die,